Was ist die Infobrief der Krankenkasse? Der Angestellte erklärt ihr die Vorteile der Zusatzversicherung. Frau Weidner fragt nach den Kosten der Zusatzversicherung und Herr Müller rechnet es aus. Er schickt ihr noch eine Broschüre mit mehr Informationen. Frau Weidner bedankt sich für die Hilfe und Sie verabschieden sich. DK Krankenversicherung, Hans Müller, guten Tag. Selbstverständlich, Frau Weidner. Sie sind also schon Mitglied der DK und sind zum Normaltarif gut und günstig versichert. Stimmt das? Sie haben völlig recht, Frau Weidner. Mit unserer Zusatzversicherung DK Plus bieten wir eine günstige Lösung für solche Probleme wie zum Beispiel Zahnersatz, Brille, Kontaktlinsen oder Krankheit im Ausland. Die Kosten sind abhängig vom Alter des Versicherten. Wie alt sind Sie denn, Frau Weidner, wenn ich fragen darf? Ah ja, dann kostet es für Sie 35,90 Euro pro Jahr. Ich schicke Ihnen die Informationsbroschüre zu und falls Sie dann noch Fragen haben, können Sie uns gerne noch einmal anrufen. Auf Wiederhören. auf Wiederhören. Untertitelung des ZDF, 2020